Wieso riechst du nur an dem Buch? Weil Bücher nun mal geil riechen? Ach, das kannst du ja nicht wissen. Du hast ja noch nie in deinem Leben eins gelesen. Ist das überhaupt? Mickey Maus. Das war voll witzig, Alfa. War es nicht. Aber weißt du, was witzig wäre? Nee, was? Wenn du jetzt deine schwere Lektüre wegpacken und endlich einen Pausenraum erfreuen würdest. Hey, Giesbert! Du musst gleich auf Sendung, Marjank! Weiß ich doch. Ich hab noch mal kurz die Ohren zugehabt. War alles gut. Penta hier. Du musst. Ich hab jetzt die 1-2-3-3-4-5-8-5-8-6-5-8 cm.